Bartholomeus Barth Joseph Lodewig Rosalia Sommers ist ein belgischer Politiker. Biografie Nach dem Besuch des Sint Rombauts College in seiner Geburtsstadt Mechelen studierte der Sohn eines Abgeordneten und Senators der Volks-Uni Jos Sommers Rechtswissenschaften an der Katholike Universität Leuven. Seine eigene politische Laufbahn begann er ebenfalls als Mitglied der Volks-Uni und dann der Flamsen-Liberalen und Demokraten zunächst in der Kommunalpolitik 1994 mit der Wahl zum Mitglied des Gemeinderat von Mechelen. Dem er bis heute angehört wurde er zum Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer, der er für eine Wahlperiode bis 2003 angehörte. Seit 2001 ist er Bürgermeister von Mechelen. Am 11. Juni 2003 wurde er als Nachfolger von Renat Landuit Ministerpräsident von Flandern. Im Anschluss gehörte er bis 2007 dem Flämischen Parlament an. Außerdem wurde er 2004 als Nachfolger von Karel de Gucht, der zum Außenminister ernannt wurde, Vorsitzender der VLD. Während seiner Amtszeit kam es im Januar 2007 zum Parteiausschluss von Jean-Marie de Decker. Bei der Wahl vom 10. Juni 2007 wurde er als Vertreter der Oppen-Flamse-Liberalen und Demokraten im Wahlkreis Antwerpen zum Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer für die bis 2011 dauernde 52. Legislaturperiode gewählt. Darüber hinaus ist er dort auch Fraktionsvorsitzender der Oppen-VLD. 2009 folgte ihm zunächst Ed Interim Geifer Hofstadt als Vorsitzender der Oppen-VLD, der dann am 12. Dezember 2009 von Alexander D. Crew abgelöst wurde.